5 Punkte gegen 3 absolut schlagbare Gegner, wobei man auch spielerisch nicht überzeugen konnte und in keinem Spiel so wirklich die bessere Mannschaft war. Das ist soweit die Zwischenbilanz der ersten 3 Spieltage von Borussia Dortmund, wo die Lage gerade schon recht bedrohlich ist. Und genau darüber will ich heute mal sprechen, denn nun kamen auch neue Details von der Sportbild ans Licht. Gerade was das Verhältnis zwischen einem Edin Terzic und Sebastian Kehl angeht und auch in Bezug auf die Transfers und jetzt das Spielerische, was absolut enttäuschend war. So berichtet die Sportbild, dass sich Sportdirektor Kehl und Trainer Terzic allem Anschein nach immer mehr in die Quere kommen, was vor allem an der Personalpolitik der Borussia liegt. Also mehr oder weniger am letzten Transferfenster. Begonnen hat das Ganze eben damit, dass zu Beginn des Transferfensters Kehl einen Emre Can gerne verkauft hätte. Terzic hingegen wollte mit ihm verlängern, also das komplette Gegenteil. Aber nicht nur das, er hat ihn auch noch zum Kapitän ernannt, der dementsprechend eigentlich immer spielen muss und eben auch extrem wichtig für die Mannschaft ist. Aber halt eben spielerische Defizite mitbringt, aber darum soll es erstmal noch gar nicht gehen. Auch was den weiteren Neuzugang Felix in Matcha betrifft, so war er ein klarer Wunschspieler von Edin Terzic und wurde trotz der hohen aufgerufenen Ablösesumme vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Auch wenn die Bosse da eigentlich nicht mitmachen wollten, Terzic dann aber doch den Wunsch erfüllt haben. Was gerade in der Nachbetrachtung, wenn man sieht, wie wenig Geld der BVB zum Ende des Transferfensters noch zur Verfügung hatte, schon so ein bisschen fragwürdig ist. Zudem hat Terzic auch schon in der vergangenen Saison seine zwei Wunschtransfers bekommen mit Antony Modest und Salih Özcan, die beide nur bedingt überzeugen konnten. Während die anderen Transfers hingegen von Kehl schon eingeschlagen sind, wenn man mal schaut, ein Sebastian Allaire. Klar war erst die Erkrankung, aber dann war er schon wichtig. Und auch Nico Schlotterbeck beispielsweise hat auch nicht immer überzeugt, aber war alles in allem, vor allem für den Preis, dennoch ein richtig guter Transfer. Dass Terzic seine Personalwünsche erfüllt werden, liegt offenbar daran, dass der Trainer und Geschäftsführer Watzke ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Das Führungstrio um Kehl, Terzic und Watzke agiert daher eher als Führungsduo, wo halt eben Kehl einfach die Wünsche von den anderen erfüllt und die Transfers eintütet, aber selbst nicht wirklich in der Kaderplanung involviert ist, beziehungsweise schon auch selbst Ideen hat, wie zum Beispiel mit der Edson Alvarez Verpflichtung. Allerdings Terzic dann einfach sein Veto einlegen kann und den Transfer verhindern kann, wie eben in jenem genannten Beispiel. Dementsprechend ist er in der Planung da gar nicht mal wirklich involviert, hat aber eigentlich gute Ideen, so wie man es von der Außenbetrachtung sagen kann. Wie gesagt, die Verpflichtungen letztes Jahr, dann wollte er eben in diesem Jahr Edson Alvarez und im Gegenzug Emre Can verkaufen. Gerade nach den ersten drei Spieltagen sieht es halt schon so aus, als ob das eine gute Idee gewesen wäre, aber gut, wir werden es sehen. Ich persönlich habe da meine klare Meinung. Ich finde, Kehl hat da gute Ideen, während Terzic hingegen da meist ein bisschen anders denkt. Kehl möchte halt eben oft die Spielsteigelösung, wenn man jetzt über die Spielertypen spricht, während Terzic hingegen eher Mentalitätsspieler will, also wirklich Zerstörer, die gut gegen den Ball arbeiten, aber mit dem Ball durchaus limitiert sind. Wie man eben sieht an einem Emre Can, an einem Özcan, Antony Modest oder eben, dass er einen Emre Can, einem Edson Alvarez vorzieht, während es bei Kehl halt eben genau andersrum ist und da hat man einfach klare Differenzen schon in der Kaderplanung. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen schwierig. Aufgrund der guten Freundschaft werde Watzke halt bis zur letzten Minute versuchen, die Zukunft mit seinem aktuellen Trainer zu bestreiten. Also wenig überraschend muss Terzic erstmal nicht um seinen Job bangen, trotz der gezeigten Leistungen und halt auch dessen, was er auf dem Transfermarkt zu verantworten hat, weil er hatte, wie gesagt, einen großen Mitspracheanteil, was die Transfers anging. Ja, die waren jetzt vielleicht nicht ganz schlecht. Ein Sabitzer wird ihnen definitiv helfen, einen Matcher auch, auch wenn er vielleicht zu teuer ist, aber andererseits mit Can und so weiter, mit der Defensive, wo man keine Verstärkung geholt hat, aber dafür eben Füllkrug. Das ist schon alles nicht wirklich überragend und es wird jetzt auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was die Zukunft bringt. Es wird ja anscheinend alles analysiert beim BVB in der Länderspielpause. Mal schauen, was dann das Ergebnis ist. Ich bin im Stadion im nächsten Spiel von Dortmund in Freiburg und dann werde ich mal sehen, was sie so auf den Rasen bekommen. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!